So, vor mir steht jetzt der Hagen, Chef vom Achat Hotel und der Harry, Musiker. Hallo ihr beiden, wie geht es euch hier erstmal? Es ist Wahnsinn, also es war 2000 Personen, live in the zone, 148 Länder, machen wir nicht jeden Tag. Also das erste Mal im Leben, war richtig cool. Ich kann nur sagen, noch nie sowas erlebt, ich liebe es. Und dass wir es jetzt hinter uns haben, ist umso schöner. Jetzt können wir uns richtig schön entspannen. Was heißt denn hinter euch haben? Was habt ihr denn hier gemacht? Was sind denn eure Aufgaben hier? Wir hatten ja hier als Hotel die ganzen Boxer bei uns im Haus mit den Sponsoren, mit den offiziellen 150 Personen. Wir haben gestern das Wiegen bei uns gehabt und die Gäste hier übernachten jetzt alle, also die ganzen Boxer. Und heute haben wir halt über Rainer Gottwald einen Auftritt bekommen, sage ich mal. Ich habe gefragt, dürfen wir im Ring spielen? Hat er gesagt, ja, können wir machen, Hagen. Und ich habe nie geglaubt, dass er das wahr macht und hat gesagt, wir sollen doch Playback machen. Da haben wir gesagt, nee, Playback, das können wir nicht. Wir können nur entweder richtig oder nicht. Ja, und haben dann Volker, also ein bisschen geübt, Technik, tolle Technik-Vater gefunden, die uns hier auch unterstützt haben. Und auch die, ich sage mal, diese ganze Box-Familie, wie wir es kennengelernt haben, ist wirklich brutal. Also Kraft, Konzentration, Fokussiertheit, richtig cool. Also nicht vom Handy, sondern einfach so wie Familie auch. Und das finden wir im Hotel toll. Nachher gibt es noch eine Aftershow-Party. Dann machen wir auch noch mal ein bisschen Musik, wir beide zusammen. Und ja, das ist eigentlich so cool einfach. Und viele Freunde jetzt gewonnen in den letzten Monaten eigentlich, in der Vorbereitung von diesem Event. Von Hotelseite aus. Und wie hat sich das so für euch angefühlt, als ihr da im Ring standet und gespielt habt? Es war grandios. Es war wirklich grandios, einfach die Halle voll zu sehen. Und spontan einmal Karlsruhe. Das erlebt man einmal im Leben wahrscheinlich als Musiker. Also ich muss sagen, ich habe Blut gesehen. Das war schon ein bisschen komisch, weil ich bin da auf den Ring geklettert. Habe ich nicht so erwartet. Und was ich ganz toll fand, das Deutschlandlied, dass wir oben stehen bleiben durften. Wir wollten eigentlich als bescheidene Menschen, sage ich mal, sofort wieder von der Bühne runter. Und Rainer Gottwald hat gesagt, nein, ihr bleibt hier stehen. Und dann kam die Deutschlandvereine, das Deutschlandlied. Und Kai Ebel daneben, ist natürlich toll für uns. Und kräftig mitgesungen. Und das Publikum ist mitgegangen. Das war unser Plan, dass wir auch nach, nach, nach den On-Havens-Door. Und dann haben die mitgemacht. Und wir haben halt dieses Feedback auch gemerkt von dem Publikum, das hier war. 2000 Menschen, das steckt auch uns. Das ist echt ein sau, sau tolles Feedback. Und ja, ich meine, es ist ja jetzt hier eine Boxveranstaltung, Hotel. Wie seid ihr jetzt eigentlich so mit dem Rainer zusammengekommen? Wie kam das denn zustande? Den Rainer, den habe ich auf dem Indoor-Meeting im Januar in Karlsruhe, Leichtathletik, kennengelernt. Da wurde ich ihm einfach vorgestellt. Er hatte so einen komischen Trainingsanzug an, so einen roten. Und ich habe gedacht, wer ist das denn? Mit dem Handy immer so in dem Gesicht. Und dann wurde er mir vorgestellt, das ist Rainer, der macht Boxen. Und dann ich komme auch als Hotelseite von Kickboxen. Also wir haben schon mal Kickbox-Weltmeisterschaft gemacht, der Amateure. Und dann habe ich dem Rainer gesagt, wir können das. Wir können Sport, wir können Leichtathletik, Profi, Elite. Und dann hat er gesagt, okay, ich suche einen Hotelpartner, ihr seid ein Hotelpartner. Das war so einfach so, halbes Jahr später rief er an, okay, wir müssen jetzt mit den Absprachen beginnen. Und dann fing es an, ja. Und dann, einfach cool. Also der ist wirklich ein super guter Mensch, meiner Meinung nach, was ich so mitbekomme. Sehr herz, offen. Er möchte helfen und wir geben das zurück, weil wir sind genauso wie er Menschen ganz normal. Und ich glaube auch, dass sehr wohlhabende Menschen, Menschen gerne haben, die einfach ehrlich sind. Und ich möchte, wir tun keinem was. Wir möchten einfach nur dienen und Spaß haben und einen guten Job machen einfach. Und ich glaube, das kommt auch wieder, jetzt höre ich wieder meinen Namen da hinten, Hagen Müller. Das ist cool. Also man merkt, die helfen uns auch. Die merken, dass wir Spaß haben und dann, Harry sagt auch mal was. Ich kann nur Amen dazu sagen. Und dann jetzt noch eine letzte Frage. Was war denn jetzt schon alles so los in den letzten zwei Tagen? Weil die kamen ja eigentlich schon am Donnerstag an, oder? Also seit Anfang der Woche ist die Leila McCarthy da. Achtfache Weltmeisterin, Boxerin, mit der, gleich findet ja hier der Weltmeisterschaftskampf statt. Die sind seit Anfang der Woche da. Und ja, wir sind auch Freunde. Also wirklich, wir kennen sie jetzt, unglaublich nette, sympathische Menschen. Dann hatten wir das Pressetraining in Malsch am Donnerstag. Auch dort, ja, da kommen so Kolosse von Boxern auf mich zu. Und sagen, hey, ich bin der sowieso. Und ich sage, ich tue euch nichts. Also das ist so. Und das ist cool. Wir sind wirklich miteinander. Und dann gestern das Wiegen. Das war auch so. Wir haben den Platz in der Lobby. Wir haben dann alles umgebaut. Stühle, Tisch, Sessel rausgebräumt. Städtische Reine. Bühne aufgebaut. Und auch Traverse mit Banner und eine Waage besorgt. Reine sagte, wir brauchen eine Waage. So wie so eine Retro-Wage von der Apotheke. Haben wir auch noch hingekriegt. Ja, und gestern Abend dann danach VIP-Essen im Restaurant. Da haben wir beide ein bisschen Musik gemacht. Wurde dann auch wieder mitgesungen und so. Weil wir machen einfach mit, wenn jemand Wünsche hat. Also du kannst das sehr gut. Session. Nennt man das Session. Publikum einbinden. Mit den Leuten machen. Und ihnen ein bisschen auf die Lippen schauen. Was wollen sie hören. Und dann drauf einsteigen. Wenn es nur geht. Meistens geht es. Spontane Musik quasi. Spontan. Und wie hat Reinhard Meyser schon gesungen? Auch mal mit einem kleinen Fehler. Das tut gut. Sie sind ja doch alles nur Menschen. Gibt es denn heute Abend jetzt noch was geplant? Ja, heute Abend. Also Harry geht vor mir ins Hotel zurück. Weil ich muss hier noch die Technik abbauen. Dann folge ich. Wir machen von 12 bis 2 Uhr noch Live-Musik in der Lobby. Für die Sportler, die gewonnen oder nicht gewonnen haben. Wir trösten und wir feiern alle zusammen. Wie gesagt, Familie. Und im nächsten Kampf gewinnt ein anderer. Ich weiß es nicht. Und dann übernachten alle. Danach kommt noch ein DJ. Und dann gucken wir mal, wie lange es geht. Und morgen reißen alle wieder ab. Und dann, das Problem bei uns ist immer, dann sind wir traurig. Weil die Veranstaltung, das ist wirklich so. Bei jeder Veranstaltung, die so groß ist, die gern geht, da freuen wir uns auf die nächste. Aber das wird erstmal traurig. Was schön ist. Ich wollte gerade sagen, nächstes Jahr seid ihr damit auch dabei. Dann wird es hier das fünfte oder ich glaube sogar sechste Karlsruher Weihnachtszirkus geben. Mit Boxen. Das habe ich noch nicht gehört, aber gerne. Eins wollte ich noch sagen. Für mich ist das Wochenende noch lang. Morgen früh aufstehen. Und dann gibt es Musik, wieder Live-Musik mit zwei weiteren tollen Musikkollegen. Und das ist im Vogelbräu in Ettlingen. Wollte ich mal sagen, ab 11 Uhr, wenn wir schon ein bisschen bei Werbung machen sind. Ja, sehr gut. Ja gut, dann vielen Dank für das Interview und wünsche euch jetzt hier noch bei den letzten Kämpfen ganz viel Spaß. Ja, jetzt wird es hier losgehen. Vielen, vielen, vielen Dank. Und danke, dass wir das Interview führen. Dankeschön. Wir haben zu danken. Tschüss. 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 Vielen Dank.